Es war ein gewöhnlicher Tag in der Schule. Ich ging morgens zur Schule und traf meine Freunde am Eingang. Wir unterhielten uns und lachten, während wir in die Klasse gingen. Der Lehrer begrüßte uns herzlich und begann den Unterricht. Wir hatten verschiedene Fächer wie Mathematik, Deutsch und Sport. In Mathematik lernten wir über Brüche und ich fand es interessant, wie man sie addiert und subtrahiert. In Deutsch lasen wir eine spannende Geschichte und diskutierten darüber. Beim Sport spielten wir Fußball und hatten viel Spaß. In der Pause hatten wir Zeit, um uns auszuruhen und etwas zu essen. Ich saß mit meinen Freunden zusammen und wir tauschten unsere Pausenbrote aus. Wir lachten und erzählten uns gegenseitig Witze. Nach der Pause hatten wir noch ein paar Stunden Unterricht. In Englisch übten wir das Sprechen und ich fühlte mich immer sicherer, wenn ich Englisch sprach. In Geschichte lernten wir über wichtige Ereignisse und Personen der Vergangenheit. Der Schultag verging schnell und bald war es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich verabschiedete mich von meinen Freunden und machte mich auf den Weg. Auf dem Heimweg dachte ich über den Tag nach und war dankbar für die Zeit in der Schule. Es war ein gewöhnlicher Tag in der Schule. Ich ging morgens zur Schule und traf meine Freunde am Eingang. Wir unterhielten uns und lachten, während wir in die Klasse gingen. Der Lehrer begrüßte uns herzlich und begann den Unterricht. Wir hatten verschiedene Fächer wie Mathematik, Deutsch und Sport. In Mathematik lernten wir über Brüche und ich fand es interessant, wie man sie addiert und subtrahiert. In Deutsch lasen wir eine spannende Geschichte und diskutierten darüber. Beim Sport spielten wir Fußball und hatten viel Spaß. In der Pause hatten wir Zeit, um uns auszuruhen und etwas zu essen. Ich saß mit meinen Freunden zusammen und wir tauschten unsere Pausenbrote aus. Wir lachten und erzählten uns gegenseitig Witze. Nach der Pause hatten wir noch ein paar Stunden Unterricht. In Englisch übten wir das Sprechen und ich fühlte mich immer sicherer, wenn ich Englisch sprach. In Geschichte lernten wir über wichtige Ereignisse und Personen, in der Vergangenheit. Der Schultag verging schnell und bald war es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich verabschiedete mich von meinen Freunden und machte mich auf den Weg. Auf dem Heimweg dachte ich über den Tag nach und war dankbar für die Zeit in der Schule. Es war ein gewöhnlicher Tag in der Schule. Ich ging morgens zur Schule und traf meine Freunde am Eingang. Wir unterhielten uns und lachten, während wir in die Klasse gingen. Der Lehrer begrüßte uns herzlich und begann den Unterricht. Wir hatten verschiedene Fächer wie Mathematik, Deutsch und Sport. In Mathematik lernten wir über Brüche und ich fand es interessant, wie man sie addiert und subtrahiert. In Deutsch lasen wir eine spannende Geschichte und diskutierten darüber. Beim Sport spielten wir Fußball und hatten viel Spaß. In der Pause hatten wir Zeit, um uns auszuruhen und etwas zu essen. Ich saß mit meinen Freunden zusammen und wir tauschten unsere Pausenbrote aus. Wir lachten und erzählten uns gegenseitig Witze. Nach der Pause hatten wir noch ein paar Stunden Unterricht. In Englisch übten wir das Sprechen und ich fühlte mich immer sicherer, wenn ich Englisch sprach. In Geschichte lernten wir über wichtige Ereignisse und Personen der Vergangenheit. Der Schultag verging schnell und bald war es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich verabschiedete mich von meinen Freunden und machte mich auf den Weg. Auf dem Heimweg dachte ich über den Tag nach und war dankbar für die Zeit in der Schule. Vielen Dank.